Nur näher klingt sie hin vor mir Und haltet sie ganz still, ganz still, ganz still Und haltet sie ganz still, und haltet sie ganz still Ein wenig schickst hier mir gerät So ist es gut Was gibt's denn hier, sich umzuschauen? Oh, oh, den Blick zu mir, oh, oh, den Blick zu mir Gerade ausgesehen, gerade ausgesehen, ganz gerade aus mich angesehen Die Gräfin ist nicht hier Was gibt's denn hier, sich umzuschauen? Oh, den Blick zu mir, oh, den Blick zu mir Nicht ausgesehen, mich angesehen Die Gräfin, die Gräfin ist nicht hier Die Gräfin ist nicht hier Einmal ruhig Und immer kleine Schritte, wenn wir jetzt fertig sind Und immer kleine Schritte, wenn wir jetzt fertig sind Es kann ihm schön nicht wohnen, sich jedes Herz zu steh'n Bis seine Augen sprühen Bis seine Augen glühen Es kann ihm schön nicht wohnen, sich jedes zu steh'n Bis seine Augen sprühen Bis seine Augen glühen Bis seine Augen glühen Oh, wie hießen Sie? Garfum, warum? Garfum, warum? Garfum, warum? Ende nur diese Poche. Ich würde mich da einfach noch bürfisch noch packen. Hey, kleines Fräulein, jetzt hören Sie doch auf, so allerliebst zu sein. Lass die Kinder rein, streifeln die Ärmel etwas mehr in die Höhe. Dann wird das Kleid in den Schlingeln besser noch zu Gesicht. So, ja, so, noch höher. Sie ist gut. Was soll das Band da? Was hat er mir gestohlen? Und dieses Blut hier, dieses Blut. Ja, wenn ich wüsste, vorhin bin ich gefallen. Auf der Treppe, da ritt sich mir die Haut drauf und da hab ich das Band da rumgewickelt. Zeig her doch, es ist nicht schlimm. Ach, sehen Sie, sein Arm ist doch weißer als der Meile, krank wie ein Mädchen. Nun, hör schon auf zu schwatzen. Lauf in mein Kabinett dort und hol mir etwas Englischplaster her. Es liegt im Schränkchen. Und dieses Band hier. Nun ja, wegen der Farbe möchte ich's ungern nur missen. Das Plaster soll ich jetzt verbinden? Hole mein Kleid jetzt und bring auch ein anderes Band mit. Ach, weiss ich mir, wenn die ist hier nicht heilen. Warum? Wenn man ein Band nimmt, welches im Haar, vielleicht auch auf der Haut lag, der Dame. Die uns nichts angeht, so ist das gut hier wunden, wollten sie sagen. Bisher wüsste ich noch nichts von dieser Wirkung vom Auffreifen scherzen. Und ich muss sie verlassen, arme Schindeltein und noch ich verzweifle Tränen. Oh Gott, am liebsten möcht ich sterben. Na, wie der Tod wir, in der letzten Stunde wollte ich nicht gestillen. Seid vernünftig, jetzt kann er dummen Streichel. Wie kommt denn meine Tür? Sie ist mein Gott, oh Himmel, weißt du, ich sehe hier mit nackten Armen in diesem Aufzug. Hat er den Brief gelesen, ist deine Einversuchtsfurchtbar. Soll er fehlen? Ich bin allein, ja, ganz allein. Mit Ihnen, wirklich nur mit Ihnen. Ach, was soll ich jetzt machen? Was soll ich mit Ihnen sagen? Es geht gerade das, mit Ihnen. Wegen der Himmel gnädig mich, mein Schönes. Das ist mir neu. Es war doch sonst für die Art, nicht Ihre Tür zu verschließen. Gewiss, ich wollte, ich war gerade im Griff. Im Begriff? Mein Kleid zu ächsen. Dabei half mir die Susanna, sie ging eben in Ihr Zimmer. Auf alle Fälle sind Sie merklich verliegen. Doch, lesen Sie den Brief hier. Lüffel, der Brief ist in Fiegel so geschrieben. Was war das für ein Geräusch? Geräusch? Im Kabinett von Ihnen ist etwas gefallen. Ich habe nichts gehört. Sie scheinen mir wirklich sehr zerstreut. Wieso? Sie ist jemand drinnen. Aber wer sollte denn drin sein? Das frage ich Sie. Ich bin ja erst gekommen. Ach ja, Susanna, so ist es. Doch sie ist, wie Sie sagten, in Ihrem Zimmer. In Ihrem Zimmer, Frau Dord. Ich gab nicht Acht drauf. Susanna, woher kommt es denn, dass Sie so verwirrt sind? Ich verwirrte um Susanna. Soll ich das wissen? Doch verwirrt sind Sie sicher. Ich um Susanna. Sie hätten eher Grund, möchte ich meinen. Schon gut, schon gut. Das wird so klein sich erheißen.